Willkommen zu einem neuen Video zu diesem Spiel. Das Spiel macht mir grad so extrem Spaß. Ich wünsche ich könnte mehr machen, würde ich nicht so viel auf die Schule hauen. Diese Videos machen genau nur 6 oder so Minuten, aber dafür, wenn ich jemanden aufgabe gehe, dauert das 24 Stunden. Das ist viel, viel, viel Zeit. Erstmal hier alles abholen. Ich werde wieder reich. Ich gebe gerade 2.000 Euro für irgendeinen Hund aus, das mich überhaupt nicht interessiert, ob der gewinnt oder verdient. Ich krieg sowieso das Geld, was ich gerade ausgegeben habe, so schnell wieder zurück. Ich habe Ballon. Martin, was willst du von mir? Ach, da oben ist das. So, rubbeln wir mal. Und hier ein Blut. Ich habe nicht das Geld zurückgegeben. Au, das tat weh, wegen der es so teuer ist. Das ist so teuer. Aber mir ist es jetzt grad eigentlich nicht egal. Das ist immer noch so teuer. Ah, das tut immer noch so hart weh. Ich glaube, ich krieg das im nächsten Video wieder hier irgendwie. Hier raus ist Geld. Aber was will man tun? Was? Ja. Ja. Ja Ich bin zwei Keiner da. Geh mal schnell rüber zu meinen Nachbarn. Heute habe ich es geschafft und ich weiß nicht, wer es dann kriegt.